Ich muss mich herzlichst entschuldigen, ich habe gerade einen Anruf bekommen und war dabei gerade noch mitten in den Aufnahmen. Ich habe die Aufnahme gestoppt und die Datei ist weg. Ja, was habt ihr verpasst? Ihr habt verpasst, wie ich ins Dorf gegangen bin und 10 Ziegen in den Stall gescheucht habe. Also nicht viel, aber wir werden jetzt das Spiel erstmal speichern. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ihr euch nicht gezeigt habt, wie man die Ziegen hütet. Ich werde das irgendwann im Laufe des Spiels nochmal machen. Ja, und wenn alles gut läuft, habe ich eventuell schon eine Lösung für das Super Mario Galaxy 2 Problem. Okay, und zwar, bla bla bla, nein, ich habe meine Wii sozusagen geflasht, um halt, ja, wie soll ich das sagen, um halt Backups meiner CDs zu haben. Und, ja, ich habe aber kein Backup von Super Mario Galaxy 2 und, aber von Zelda, Donkey Kong, und, ja, damit die CD nicht kaputt geht, ist klar. Ja, und, äh, das Problem ist, wenn ich jetzt Super Mario Galaxy 2 in die CD, äh, im CD-Laufwerk legen will, dann will die Wii updaten. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das machen darf, ohne, dass meine Festplatte einfach, pfff, gelöscht wird. Naja, ist egal, ich mache jetzt erstmal mit dem Part weiter. Link, wach auf, draußen ist es schon ganz hell. Äh, okay. Wach auf, draußen ist es, wie es ist, 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 wie so eine Scheiße ja, äh, was soll ich denn jetzt noch sagen? oh, scheiße ja, wir müssen uns jetzt die, ähm ja, wie heißt es, die Schleuder holen, weil die Kinder wollen, dass ich denen die Schleuder vorzeige also muss ich mir eine teure Schleuder kaufen, damit die Kinder ihren Spaß haben, ist auch toll, ne? äh, so eine Scheiße äh, da fang ich auch gleich mal an zu sparen, ich glaub 40 Rubine kostet die oder so äh, ich weiß ja nicht, sollte ich euch das ersparen, oder? oh, ein Herz kann man die Kinder abwerfen? Headshot okay ey Link, hast du schon gehört? ist das eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen stell dir nur vor, eine Schleuder oh mein Gott, oh mein Gott ich wüsste nur so gerne, wie viel, wie viel Wucht dahinter steckt ach so Maro, äh, ne, Taro, Maro wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine sag mal Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? kannst du nicht deine Mama fragen, ob sie uns die, äh, ob, ob sie sie uns mal ausleiht? aha du spinnst wohl wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen was denkst du eigentlich, wer, wer, wer du bist? aber das schaffen wir doch nie ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sammeln lieber ein paar coole Schleudern für uns äh so, jetzt geht die große Rubin-Sucherei los äh ja, und da wir kein Schwert haben stellt sich das erstmal als schwer heraus so, Stein äh, kommt natürlich nix äh ja, wie kommt man schnell an ein paar Schleudern ah, ich weiß, wie man schnell auf Urbine kommt keine Sorge, das wird nicht lange dauern hoffe ich ja, typisch, spricht uns nicht an der will uns ja, äh, erklären, wie man irgendein Z anspricht ja, 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 gut so witziger Gag das sagte witziger Gag ok, dann nicht ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert ich weiß nur, wenn man hier und dann dann schreit uns doch mal was an hey, mit Essen spielt man nicht äh, scheiße ah, da hey, mit Essen spielt man nicht ich spiel doch nicht, ich hau nur kaputt, damit ich Rubine kriege ein blauer Rubin, das Film Rubine wird ne, wirklich äh, um schnell an ein paar Rubine zu kommen, kann man erstens die Kürbisse kaputt machen ja, aus Kürbissen kommen Rubine raus das ist mal wieder so eine Zelda-Logik also das Logischste auf der Welt so, ah so, Leiter hoch ich hab erst vor kurzem rausgefunden, wie das geht ähm, also nicht die Leiter hochklettern sondern, äh hier an die 20 oder 10 Rubine keine Ahnung äh, nein Leiter 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 Leiter, geht doch so, wie man da an die Rubine auf diesen komischen Berg draufkommt ich dachte immer, man müsste sich das Huhn irgendwie mit mit dem ah, da ist ja schon ein gelber Rubin äh, 10 Rubine äh, ich dachte immer, man müsste mit dem Greifarken das Huhn irgendwie holen, aber in echt muss man einfach nur so das Huhn holen mit dem Greifarken ist es auch sehr schwer und man braucht ziemlich lange, bis man zum Greifarken kommt deswegen keine gute Idee äh, jupp und da ist unser guter Freund der Falke, Adler, äh keine Ahnung so ganz einfach nee uupp aha ich hab ein Hühnchen im Ruh- äh, nein äh so, und jetzt einfach da rüberfliegen wir einfach loslassen und schon mal wieder 10 Rubine und ich krieg einen Anruf und tschüss